Aussieht. Hier sind schon mal welche in der Nähe. Die müssen doch direkt in der Nähe sein. So, der ist nicht mehr da. Aber hier ist noch einer ganz in der Nähe. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Aber ich habe ihn auch gesehen. So, okay. Rotflinte. Kommt her, Jungs. Oh, weg mit dir. Kommt zu Onkel Beattie. So, einen von euch habe ich schon. Ja, du hast auch eine Schrotflinte. Lieben, lieben. Ah, komm schon. Trau dich. He, he, he. So. Was? Was? Nimm. Der Stuhl ist voll. Ah, okay, die brauche ich auch nicht allzu oft. So. Oh, da ist noch einer. Ah, komm. Mein Gott. Ah, jetzt kommt er wieder. Ah, ne. Sack. Oh, guter Scheiß. So, und jetzt komme ich von da. So. Jetzt gehen wir wieder hier rum. Bin ich ein bisschen verkriechen. Verdammt. Ich musste eigentlich auch laden. Oh. Scharfütze. Denke ich mal. Oh, der ist... Oh, da könnte ich nochmal meinen Saketen werfen. Da habe ich Bock drauf jetzt. Oh, der lebt noch. Der hat noch gelebt. Ich glaube das nicht. Der hat um den herum explodiert. Und der lebt. Das ist doch ein Scherz, oder? So, erstmal nachhören. Da sehe ich noch was. Wo bist du, Luder? Okay, aber wenn er nicht zu mir kommt, dann suche ich so lange ein bisschen hier die Räumlichkeiten ab. Vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Mal gucken. Dann filtrieren sie die Forschungskuppel. Okay, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. So weit bin ich noch nicht. Mal hier rein. Da ist nichts zu sehen. Oh, da ist er. Okay, erstmal zur Seite. Okay. Jetzt kommen sie wieder von der anderen Seite. Woher kommen denn die Schüsse? Sind die vom Fahrzeug? Ne. Ah, da ist einer. Oh, sofort erwischt. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Dass ich sofort treffe. So. 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 Mal nach rechts schauen. Da war doch einer. So, der ist aber auch jetzt erledigt. Ich brauche es. Her mit dem Zeug. Ich brauche es. Ich will es. Schrotflinte mit Maschinenpistole. Aha. Oh, nicht schlecht. Was nehme ich denn da jetzt? Ah, ich glaube, ich bleibe aber doch bei der Schrotflinte. Da habe ich mich so schön dran gewöhnt. Die mag ich richtig gerne mittlerweile. Alles voll. Voll. Alles voll. Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Dass ich noch was über habe. So. Ja, die Forschungskuppel. Genau, da sollte ich hin. Da ist er auch. Ja. So, bist du erledigt, Junge. Mal schauen. Schilde habe ich eingestellt. Nehmen wir jetzt lieber wieder die Schrotflinte. Und dann versuche ich mal hier mein Glück. Hier ist die Forschungskuppel. Oh. Handgranate. Oh. Na unten muss die, ne? Ja. Buf. Okay. Da muss ich dazu gehen. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Ich bin jetzt bei der Forschungskuppel. Aber ich komme da anscheinend noch nicht rein. Oder? Na? Irgendwo ein Eingang hier? Ne, anscheinend nicht. Ich lasse jetzt extra erstmal auf Schilde, Leute. Ich habe Angst, dass mir hier gleich ein paar gegenüberstehen. Und ich dann ohne Schilde. Ich habe ja gemerkt, wie schnell er in die Hose gehen kann. Oh, niemand da? Ne, ich will keinen nehmen. Aha. Warum ruckelt er denn jetzt so? Ist ja schlimm. Okay. Komme ich jetzt hier lang? Komme ich denn da rein? Nö. Also anscheinend nicht. Irgendwas habe ich noch nicht getan, was ich wohl tun muss. Ich gucke mich mal hier um. Aber ich gehe nochmal da rein. Ich glaube, da vorne war der Weg. Da komme ich dann rein. Aber ich wollte mich natürlich noch ein bisschen genauer umgucken. Mal schauen. Wo geht es hier hin? Wo geht es hier hin?